Montag Es wurde einst das schwarze Gold der Ruhe genannt, es spendete Wärme, Behaglichkeit und Energie In einem besonderen chemischen Verfahren verflüchteten sich aus dem Rohstoff die Gase, aus Kohle wurde Koks Die Menschen sehnten sich nach der Energie, die nur das Koks liebte, doch für das Volk war der Stoff zu teuer Mutter, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, ja mein Junge, das war mir sicher Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, ja mein Junge, das war mir sicher Mutter, ich hab kein Geld und du hast kein Geld Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Ich hab kein Geld und du hast kein Geld Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Das schwarze Gold ist weiß geworden Man nehme eine einfache Rezeptur und aus Koks wird wieder Kohle 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 Ich hab kein Geld und du hast kein Geld Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, ja mein Junge, das war mir sicher Gott, der Mann mit dem Koks ist da, ja mein Junge, das war mir sicher Ich hab kein Geld und du hast kein Geld Da habe ich mich geraten lassen, ich habe die ganze Zeit noch nicht geholfen. Ich habe mir den Ölgesprungen ausgedriffen, die ich in den Schrader des Blokhüter. Und dann kam die einen Scheidern auf die Sprache. Und dann kam die Zeit. Imidiert dann kam die Frage, aber dann kam die ich bei der Sprache. Das hat mir dann die Sprache zu verraten. Und das war bei der Sprache? Nein, da war dann schon über die Sprache, weil ich über die Sprache zu verraten. Und dann kommt der? Nein, das war, weil ich ein Schrader ist zu verraten. Das war, was er für einen Schrader, was mir zu verraten. Das ist schon so, wir machen wir den Bordien. Geh und warten. Geh! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.